Hallo meine Lieben, ich filme jetzt mit meinem Handy, weil meine Kamera nicht kaputt gegangen ist. Und ich jetzt gerade erst ein bisschen operieren lasse, ob ich das machen kann. Ähm, genau. Aber in diesem Video sollte auch gar nicht viel um mich gehen und um Gelaber. Es geht in den Outtakes von den Szenenarten von Freitag im Winter von letzter Woche. Und, genau, ich wollte aber kurz vorab einmal den Gewinner verschließen von meiner Weihnachtspanmode. Da habe ich den Gewinner ausgesucht und wollte euch jetzt einmal mitteilen, wer gewonnen hat. Und zwar ist das Nina World. Meld dich auf jeden Fall schnell wie möglich bei mir. Entweder per E-Mail oder per Nachricht, das ist total egal. Und, genau, dann reden wir dort weiter und schauen, dass die Gewinner schnellstmöglichst zu dir kommt. Genau. Und dann hatte ich auch noch an Nikolaus die Soulhouse-Marke verholt. Die Gewinnerin hat mich gerne, also heute noch nicht von mir gemeldet. Deswegen habe ich da auch nochmal einen neuen Gewinner ausgesucht. Und das ist die Lena Ruhe. Meld dich einfach auch mal bei mir. Genau. Und ansonsten wünsche ich euch einfach mal ganz viel Spaß wünschen mit dem Outtakes-Video. Ciao! Schau mal, was ich bekommen habe. Eine neue Fikard. Hi! 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 Schau mal, was ich bekommen habe. Die neue Schabrack... Ne, die war nicht neu. Schimmstrick. Und die ist der Bracke. Die ist zwar schon ein bisschen älter, aber trotzdem super schön. Fühlt euch frei. Jetzt anzufangen. Er hat auch mal reingebissen. Jetzt ist der Sammer dran. Der mag die. Ja, ich aber auch. Boah, guck dir dieses Wetter an. Es ist sowas von kalt. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Guck dir dieses Wetter an. Es ist so kalt. Ich war schon dreimal erkältet dieses Jahr. Dreimal. Und ich sa... Guck dich so! Guck dir dieses Wetter an. Es ist... Alter! Ich habe letztens eine Fünfe in Mathe geschrieben. Ich bin fast... Also, ich weiß gar nicht, was ich meinen Freunden zu Weihnachten schenken soll. Und dann meinen Eltern, was die für die sich denn... Hi! Freunde, bei euch schon so auf Weihnachten gehe ich. Guck mal meine Weihnachts-Cellular an. Und... Wie... Ich hab' ich überlegt... Ich hab' noch mal... Ja... Ja, warte, ich muss noch mal... Wie in Jürgen Freunde. Richtig? Richtig. Warte, konnte ich mir noch was sagen? Was ich sagen? Das sind Freunde und so, dass du... Ich weiß, was du dir schenken sollst. Ah, ja, genau. Passt... Ja, warte eben. Ich labere das an, weil ich... Ja, du bist voll im Flow. Ich weiß gar nicht, was das alles für ein Scheißes ist. So viel Geld ausgegeben. Nein! Leute, ich hab' schon noch Weihnachten wie ich. Ah, diese Weihnachtshennig-Hülle ist so toll. Und der Thermo-Becher. Das wird so cool. Ha, 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 ha. Ich filme sogar schon. Yes. Das wird so mega cool. Guckt euch meine Handyhülle an. Ach, das ist super lustig mit euch. Schön, ne? Aber guck mal, dann hole ich schon voll aus. Spaß. I Jewolt, ha, 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 ha. So traurig. Hoffentlich kriege ich trotzdem Wacht. Diese Weihnachtszeit macht mich echt fettig. Immer dieser Stress. Und diese Winterdepression. Oh, das ist gut. Gern mal? Ich glaube, ich kriege schon wieder meine Winterdepression. Boah, es ist so früh dunkel. Und mir schreit... Das ist auch so mega schreitig. Aber wenn du dann noch auf dem Pferd sitzt. Und wenn du dann absteigen wirst. Deine Füße. Aber es gibt ja Handschuhe. Ja, bei deinen Füßen. Also du weißt... Einige Sohlen kaufen, die werben sich von selber auf. Ja, und mit welchem Geld kaufst du das in der Weihnachtszeit? Man muss doch Geschenke kaufen. Ja, man kann sie auch vorher kaufen. Ja, aber ich denk doch nicht im Juli an behaltbare Sohlen. Ja, okay. Na, ist was dran. Ich freu mich schon richtig auf Weihnachten. Guckt euch diese Handyhülle an. Und diesen Becher. Die sind so... ... ... ... ... ... ... ... ... Ja, ja, ich filme. Achso! ... 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 Hör doch! Jetzt machst du's gerade. Kind, sag mal, frierst du denn nicht? Du hast ja überhaupt gar keine Jacke an. Wo muss ich denn hingucken? Nein, das kann ich nicht. Ich kann das nicht. Jetzt alle so... So, und wir sitzen jetzt vorm Ofen. Hier. Oh, warte, ich krieg's gar nicht so rumgedrückt. Und wir wärmen uns erst mal auf. Und klar, Luki hat's nicht mehr gekriegt, das Ding anzumachen. Hallo Schätzchen! Na du? Hallo! Oh, jetzt bin ich unten, jetzt ist sie. Oh, hi! Nom 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 nom. Nom 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 nom. Oh, jetzt ist die Nisi. Guck mal. Aber das Licht ist hier voll, voll dunkel. Ist es dunkel? Ja, ist es dunkel. Du sprichst viel mit deinem Hund. Ja. Braucht jemanden, braucht sie auch Schweifschneidung? Weiß ich nicht. Vielleicht können wir den mal ein bisschen gerade schneiden, aber sonst. Aha. Ne, voilà! Gerade? Gerade. Perfekt. Dilili. Zwei Zeug. Dililili. Moist du das auch mal sehen? Dililili. 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 Zuka. Ach ne, das wirst du gar nicht. Was denn? Ich kann das doch so machen. Yeaaah. Okay. Okay. Jetzt ist mein Zopf. Oh mein Gott, Nahaufnahme ist keine gute Idee. Nein. Nein! Nein, 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 nein. Hallo? In meine Nase. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Sie schmeißt die Gasse jetzt in den Kopf. Oh, ich komm jetzt. Oh, hast du das gern? Oh, guck mal, warte, eine Gasse. Hoi, hoi. Guck. Oh nein, wie süß. Leute, Luca ist da. Okay, Luca ist nicht da. So. Wir hatten gerade Reitstunde. Nein. Und Anna ist gerade nicht da. Und wir wollten noch ein abschließendes... Das sagen wir jetzt nicht. Ich wollte noch ein abschließendes Wort sagen. Und zwar fand ich den Drehtag heute sehr schön. Du warst leider nicht dabei. Nee. Aber am Samstag bist du auch am Start. Ich denke mal kurz will ich da. Auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Und sorry Anna für meine kleinen Ausfälle. Ich musste mal wieder lachen. Ach so. Das bist halt du, ne? Ja. Vielen Dank für diesen wundervollen Tag. Ich bin sehr glücklich. Tänk es Ihnen nicht, noch ein bisschen schlägt. Es gehtا, ganz schön. Herzig. Keine. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich.